Hallo und herzlich Willkommen zum Vital-Treffen mit dem Thema Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensumstände mit Produkten aus Aloe Vera von Forever Living Products. Mein Name ist Maria Martowitsch, ich bin seit 2006 ganzheitliche Direktberaterin und begleite dich nun durch diese Präsentation. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie viel Wert deine Vitalität und dir deine Gesundheit ist? Nun, 95% der Menschen ist Gesundheit das Wichtigste. Leider ist es so, dass wir mit einigen Problemen konfrontiert sind, angefangen von der Umweltbelastung bis zu unserer einseitigen bzw. denaturierten Ernährung. Problem Nummer 1 ist einfach die anhaltende Umweltbelastung. Angefangen von den Monokulturen, den verschmutzten Gewässern, der chemiedominierenden Anbau, die ausgelaugten Böden, die UV-Strahlung, der Smog. All das schädigt einfach unser Immunsystem oder beeinflusst unser Immunsystem und es ist wirklich an der Zeit, dass man sich um sich selber bzw. um den eigenen Körper besser kümmert. Denn wenn wir uns nicht darum kümmern, um unseren Körper, dann sind wir diesen Umweltbelastungen oder Einflüssen einfach wirklich ausgeliefert. Das nächste große Thema ist natürlich unsere Leistungsgesellschaft. Nicht nur die immer höheren Anforderungen, sondern einfach die ständige permanente Funktionalität. Wir müssen funktionieren. Wir dürfen nicht mehr schwach sein. Alles muss laufen. Diese permanente Überflutung an Informationen, sei es jetzt durch die Medien, sei es jetzt beim Einkaufen, die ständige Berieselung, dieses Hetzen rund um die Uhr, hat natürlich ganz viel Einfluss auf unser System. Und dann bleibt ganz, ganz wenig Zeit und eventuelle Signale aus unserem Körper zu hören. Meistens werden sie missachtet und dann kommt es einfach zu Unannehmlichkeiten. Problem Nummer drei genauso wie Problem Nummer vier und Nummer fünf ist einfach die einseitige oder die Fehlernährung. Wie man hier an der Ernährungspyramide erkennen kann, sollte das meiste, was wir unserem Körper zuführen, Wasser sein, also Flüssigkeit, Wasser oder Kräutertees im Speziellen. Die nächste Stufe sollte sehr viel Obst und Gemüse beinhalten. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, sind die Menschen, die ganz schnell unterwegs sind, dem Offert in den Supermärkten, in den Wirtshäusern und so weiter ausgeliefert. Und da besteht die Ernährung primär aus sehr viel Weißmehl, Zucker und schlechten Fetten. Wenn dann noch das eine oder andere Glas dazukommt und wenn jemand Raucher ist zum Beispiel, dann wird der Stoffwechsel einfach wirklich gebremst und gehemmt. Was dazu führt, dass einfach der Körper Depots anlegt und dort Dinge, die nicht verstoffwechselt werden können und nicht ordentlich verstoffwechselt werden können, ablegt. Somit sind 60 Prozent der Europäer übergewichtig und trotzdem Mangel ernährt, beziehungsweise vermindert sich dadurch die Lebensqualität und das eine oder andere Wehwehchen macht sie bemerkbar. Diese Form von Ernährung führt ganz klassisch oder beziehungsweise wenn der Stoffwechsel einfach nicht optimal funktioniert, führt ganz klassisch zur Übersäuerung. Grundsätzlich ist unser Körper so gebaut, dass er täglich seine Gifte, also alles was nicht in den Körper reingeht, selbst entsorgen kann. Dafür vorausgesetzt ist einfach ein optimaler Stoffwechsel. Wenn dem aber nicht so ist, weil man halt bei der Ernährung nicht so viel darauf achtet und viel Stress hat, dann verschlackt der Körper mehr als er sollte. Was passiert dort? Fremdstoffe werden gefestigt und manifestieren sie halt in diesen Depots, was wir vorher schon gehört haben. Das schwächt mein Immunsystem und die Selbstheilungskraft unseres Körpers schafft es einfach nicht mehr alleine alles zu beheben und der Körper kann sich selbst nicht mehr regenerieren. Die WHO definiert die Gesundheit eigentlich so, dass die Gesundheit ein Zustand von körperlichem, seelischem und sozialem Wohlbefinden ist und nicht allein das Fehlen von Krankheiten und Gebrechen ausmacht. Das heißt, in vielen Köpfen steckt einfach drinnen, mir tut eh nichts weh und dann brauche ich nichts tun. Erst wenn was weh tut, dann geh halt irgendwo hin und lass mir helfen. Das ist halt immer die Frage, muss es immer so sein, dass es vorher irgendwo zwickt oder zwackt oder kann ich achtsam sein meinem Körper gegenüber und Prävention betreiben? Denn Gesundheit ist kein Zufall. Erschreckenderweise übernehmen bis jetzt nur ca. 10% der Menschen wirklich Selbstverantwortung für ihre Gesundheit. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir wieder Eigenverantwortung und Vorsorge, also diese Prävention für unseren Körper übernehmen. Dazu gehören drei wichtige Elemente dazu. Also das Thema Ernährung haben wir schon besprochen, dass man einfach schaut, dass man eine gute Grundversorgung hat, eine gute Basis schafft. Dann gehört das Thema Bewegung natürlich dazu. Das muss jetzt nicht immer der Extremsport sein, sondern einfach regelmäßig Sport treiben in welcher Art auch immer. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist Lachen. Denn Lachen stärkt das Immunsystem. Eins meiner Lieblingsthemen auch, ist die geistige Einstellung. Das heißt, wenn man grundsätzlich mit einer positiven Grundeinstellung ins Leben geht, hat man schon vieles leichter. Und wenn man dann schaut, dass man vielleicht ein bisschen den Stress reduziert in seinem Alltag und ab und an sich eine Entspannung gönnt, das heißt, dass man in die Sauna geht, raus in die Natur oder einfach einmal fünf Minuten nichts tut, unterstützt das einfach auch schon enorm. Wie kann uns da jetzt Forever Living Products helfen? Nun, Forever Living Products bietet ein Naturvorsorgeprogramm, nämlich mit der Pflanze Aloe Vera an. Sie sichert einfach eine Grundversorgung und für mich das ganze Wichtigste eine optimale Pflege für innen und außen. Die Pflanze Aloe Vera steht für Feuchtigkeit und wir brauchen für unsere äußere Haut Feuchtigkeit, aber auch für unsere innere Haut, also die Schleimhaut Feuchtigkeit, damit einfach alles ganz gut funktioniert. Sie verschafft uns Gesundheit bis ins hohe Alter und schenkt uns einfach wirklich Vitalität für unseren Körper. Ein kurzer Blick über die Zusammenhänge der Nährstoffe. herauskristallisieren möchte ich hier das Vitamin C. Vitamin C kann der menschliche Körper nicht speichern oder nicht lange speichern. Deswegen ist es wichtig, dass wir über unsere Ernährung Vitamin C zuführen. Wenn wir schauen, wofür Vitamin C gebraucht wird, für welche Mineralien, aber auch für welche Vitamine es notwendig ist, wäre das schon mal ein Anfang, wo man sagt, man achtet auf seinen Vitamin C Haushalt und führt da regelmäßig etwas zu. Warum ist jetzt die Aloe Vera Barbadensis so gut oder was zeichnet sie aus? Die Aloe ist eine Symbiose aus Enzymen, essenziellen und nicht-essentiellen Aminoswaren, dem Vitaminkomplex, also von A bis Z quasi, Moni und Polosaccharide, wie zum Beispiel das Azemanan, das empfehle ich einmal zu googeln, wofür Azemanan gut ist, und natürlich den vielen Mineralstoffen und Spurenelementen. Bei uns wird das reine Blattgel verwendet und auch gesichert, dass alle diese Stoffe wirklich dann in den jeweiligen Produkten ausreichend vorhanden sind. Seit wann kennt man die Aloe? Also ich glaube, es gibt kaum einen Haushalt, der die Aloe nicht kennt. Bis zu 5000 Jahre zurück gibt es Aufzeichnungen, sogar in der Bibel ist sie schon vorgekommen. Nicht nur die Kleopatra hat gewusst, dass die Aloe schön macht, auch die Hildegard von Bingen und viele andere Heiler der Welt haben die Aloe Vera verehrt. Auch Alexander der Große hat die Aloe Vera zum Beispiel immer auf seinen Schiffen gehabt und damit seine Soldaten versorgt waren. Wie schaut es aus mit der Vitalstoffversorgung in unserem Körper im Verlauf des Lebens? Nun, das ist auch logisch aufgebaut. Je mehr wir uns dem Stress aussetzen, wohlgemerkt, da gibt es verschiedene Arten von Stress, sei es jetzt Karriere, aber genauso in der Erziehung, wir kennen das, oder im Aufbau, wenn man sich befindet, braucht man einfach mehr Vitalstoffe und dann ist es einfach ganz wichtig, auf seinen Körper zu achten. Wie bekomme ich jetzt eine gute Basisversorgung? Forever hat dazu Getränke entwickelt und zwar haben wir hier den gelben Tetra Pak. Der besteht aus 99,7% reinem Aloe Vera Gel und hat eben, wie vorher schon erwähnt, diese ganzen 160 lebenswichtigen Inhaltsstoffe drinnen. Ohne Konservierung, ohne irgendwelche Zusätze, einfach die pure Aloe, die wirklich für eine gute Basisversorgung und vor allem für den täglichen Vitamin C Bedarf des Tages, nämlich wenn man ein Glas Aloe Vera trinkt, also den gelben T-Tabak in dem Fall, aber auch der Forever Freedom ist total interessant, denn der enthält zusätzlich Glucosamin und Chondroitinsulfat und MSM und die sorgen dafür, dass unser Bewegungsapparat geschmeidig bleibt. Das sorgt für mehr Power. Da empfehle ich auch wieder ins Internet reinzugehen und über die semi-essentielle Aminosäure L-Aginin zu googeln. Dieses AG Plus Produkt von uns wurde von einem Nobelpreisträger entwickelt und sorgt einfach dafür, dass Sportler und aktive Menschen eine optimale Sauerstoffversorgung in den Zellen haben. Dieser Komplex, diese sekundären Pflanzenstoffe, Aminosäuren, Vitaminen usw. sorgt einfach für wirklich mehr Power. Einfach einmal ausprobieren. Auch aus dem Sport- und Fitnessbereich kommt mein Lieblingskonzept, das Clean 9. Es ist ein Reinigungskonzept für den Körper, das mir und dem Körper ermöglicht, wieder mal 9 Tage zu sich selber zu finden, sich neu zu finden, neue Gewohnheiten anzutrainieren und einfach wirklich dem Körper gute Vitalstoffe zu gönnen, gutes Eiweiß zu gönnen, um die Zellen zu regenerieren und sich zu reinigen. Wer Interesse hat, in dem Bereich etwas zu verändern, gerne auf Anfrage bei mir direkt oder bei demjenigen, von dem du den Vortrag hast. Eine weitere Möglichkeit oder langfristig etwas zu verändern kann man mit dem Folgekonzept, nämlich mit dem F15. Wenn man 9 Tage das Reinigungsprogramm hinter sich hat und dann noch 15 Tage dranhängt, dann hat man insgesamt 24 Tage sich wirklich für seinen Körper und für sich Zeit genommen. Dadurch habe ich die Möglichkeit, mein Durstverhalten neu zu trainieren, meine Essgewohnheiten neu zu definieren und einfach wirklich klar für meine Ziele da zu sein und Richtung Wunschfigur zum Beispiel mit entsprechendem Trainingsprogramm wirklich da große Ziele zu erreichen. Was ganz ganz wichtig ist für Menschen, die zum Beispiel schon fit und vital sind, also die einfach schon ein gutes, eine gute Lebensweise haben, wäre das Vital 5. Das sorgt für die tägliche Basisversorgung, nämlich bestehend aus AG Plus, also einfach um die tägliche Portion Power zu bekommen, das reine Aloe Vera Gel, das sowieso von Haus aus überall dazugehört. Ganz ganz wichtig sind die Probiotiks, also die Aktivprobi, die sorgen für einen glücklichen Darm. Die Aktixi halten nicht nur unser Hirn fit, sondern auch einfach unseren Bewegungsapparat. Und die Forever Daily sind einfach eine Sicherstellung, damit ich optimal mit Vitaminen und Mineralstoffen täglich versorgt bin. Das war jetzt einmal primär die Aloe von innen. Wir haben aber natürlich Konzepte auch für die Aloe von außen. Was ganz Besonderes ist zum Beispiel die Infinite-Serie bei Forever. Das ist eine innovative Gesichtspflege, nämlich für innen und außen. Wir haben hier zusätzlich zu den Pflegeprodukten einen Firming-Komplex. Und diese Serie eignet sich besonders für anspruchsvolle Haut, für trockene Haut, beziehungsweise für das klassische Anti-Aging. Wenn du Interesse hast, diese Serie einmal auszuprobieren, dann bitte wende dich gerne nachher direkt an mich oder an die oder denjenigen, von dem du diese Präsentation erhalten hast. Wir bieten sogenannte Beauty-Trainings an, wo du diese Produkte sofort kostenlos und unverbindlich ausprobieren kannst. Das Tolle an den Forever-Produkten ist, dass wir mit der Basic-Serie einfach wirklich Produkte für den täglichen Bedarf haben, die uns optimal versorgen und schützen. Nur ganz kurz die wichtigsten Dinge. Früher hat das Hand- und Face-Soap geheißen, das Hand-Soap nehme ich persönlich zum Händewaschen, aber genauso zum Duschen. Das Shampoo ist ganz klassisch für jeden Haartyp. Der First-Spray hat so vielfältige Einsatzmöglichkeiten, dass er in keinem Haushalt fehlen darf. Die Forever-Zahnpasta ist einer meiner Lieblinge ohne Fluorid, ohne Schleifpartikel, ohne Mikroplastik. Dafür mit Propolis, ganz wertvollem Propolis und schützt einfach meine Zähne und reinigt sie schonend. Die Heat-Lotion gehört auch in jeden Haushalt hinein, wärmt oder kühlt die Muskulatur. Das reine Aloe Vera Blattgel in der Tube ist das Forever Jelly. Die Propolis Creme ist eine ideale Babypflegecreme zum Beispiel oder auch eine tolle Wintercreme. Und die Aloe Lotion ist eine wunderbare Allround-Creme mit sehr viel Aloe Vera-Anteil, pure Feuchtigkeit, neutral, das heißt für die ganze Familie. Und unseren Lips darfst du natürlich auch nicht vergessen, das ist der beste Schutz und Pflege für unsere Lippen, aber nicht nur für die Lippen. Wenn du Interesse hast, diese Produkte auszuprobieren, dann meldest du dich gerne bei mir nach der Präsentation bzw. bei der oder diejenigen, von der du die Präsentation hast. Denn diese Produkte gibt es bei uns kostenlos und unverbindlich für einige Tage für zu Hause zum Testen. Also bitte sprich uns an. Auch ein ganz tolles Produkt ist der Forever Aloe NPD Reiniger. Den habe ich früher tatsächlich etwas vernachlässigt und dann habe ich immer wieder gehört, wie toll das denn ist. Und nachdem wir umweltfreundlich waschen und putzen, weil wir Tiere zu Hause haben, haben wir uns diesen NPD Reiniger ins Haus geholt. Und ich muss sagen, seitdem wasche und putze ich alles mit diesem NPD Reiniger. Er ist nicht nur sehr ergiebig, sondern du kannst wirklich damit umweltfreundlich und tierfreundlich dein Haus sauber halten. Tiere, bei mir ein ganz großes Thema. Ich habe zwei Katzen und einen Hund. Der Veterinary Spray ist einfach ein ganz toller Pflegespray für das Fell, für die Ohren von meinem Hund zum Beispiel. Aber auch für Menschen, die Allergien haben, ist es ein neutraler Körperspray, der ganz, ganz viel Feuchtigkeit spendet. Hier haben wir auch natürlich für unterwegs immer wieder eine gute Versorgung. Dieser Fastbrick-Riegel ist einfach ein Proteinriegel, der sehr gut schmeckt. Ja, was macht jetzt Forever oder wer oder was ist Forever? Forever Living Products wurde vor 41 Jahren von Rexmon gegründet. Ganz ein wundervoller Mensch. Der Sitz ist in Arizona, USA und ist bis heute und auch noch lange im Familienbesitz. Forever ist nicht nur Anbauer von Aloe Vera, sondern auch Produzent, Vertrieb, alles in einer Hand. Mittlerweile ist Forever Marktführer, das heißt Benchmark in diesem Bereich und hat über 93 Prozent Marktanteil an allen Forever-Aloe Produkten, die es auf der Welt gibt. Also das sagt schon einiges aus und ist derzeit in über 160 Ländern der Welt erhältlich. Das hat mich damals so begeistert, als ich das gelesen habe, Rexmons Leitspruch war oder ist noch immer, er möchte, ich möchte den Menschen helfen, ein gesünderes Leben zu führen zu können, damit sie sich wohler fühlen. Das war eigentlich oder ist genauso meine Intention und darum habe ich mich für dieses Unternehmen entschieden. Was ist die Philosophie seit 1978? Die besten naturbelassenen Aloe Produkte zu produzieren. Der Anbau erfolgt auf ökologischem Boden, so schonend wie möglich, um natürlich die Nährstoffe des Plattmarks zu erhalten. Es wird auch direkt auf den Feldern verarbeitet, somit ist gewährleistet, dass alle Vitamine und Mineralstoffe erhalten bleiben. Es gibt eine durchgehende Kontrolle, das heißt wirklich vom Anbau bis zur Verarbeitung ist alles in einer Hand. Das bestätigen millionenfach zufriedene Kunden weltweit und somit kann Forever auch eine Zufriedenheitsgarantie von 30 Tagen aussprechen. Das heißt, wenn jemand mit dem Produkt nicht zufrieden sein sollte, dann kann er es ohne Wenn und Aber dem Forever Partner oder der Firma zurückschicken und bekommt sein Geld wieder. Dann stellt sich für mich einfach nur die Frage, was kommt günstiger? Kommt es günstiger, die Vitalität auf Dauer zu fördern oder sich die Frage zu stellen, was kostet es, krank zu sein? Ganz klar für mich ist die Vorsorge, denn Vorsorge spart Geld. Mit diesem einfachen Tetra Pak Aloe Vera habe ich eine Basisversorgung von innen und außen. Wenn ich dazu noch das eine oder andere Pflegeprodukt verwende, dann tue ich mir einfach Gutes und ist im Verhältnis einfach wirklich günstiger als nachher Krankes auszubessern. Jeder profitiert bei einer weitere Empfehlung. Wie komme ich jetzt zu diesen Produkten? Das ist ganz einfach durch eine persönliche Betreuung durch mir oder durch diesen Menschen, der dir diese Präsentation geschickt hat. Wir veranstalten sogenannte Home-Präsentationen. Das heißt, diesen Vital-Treff gibt es auch direkt bei dir im Wohnzimmer. Aber wir veranstalten auch sogenannte Beauty-Partys. Das heißt, wenn ein paar Mädels, ein paar Damen, aber auch gerne Herren zusammenkommen, dann kommen wir auch mit unseren Pflegeprodukten. Und man kann die direkt vor Ort ausprobieren und es ist immer recht lustig. Also wenn du Interesse hast, melde dich bitte im Anschluss nach diesem Video und vereinbare einen Termin. Die Produktpakete gibt es im ganzheitlichen Konzept. Wer etwas über Clean9, F15 oder Vital5 haben möchte, meldet sich auch bitte im Anschluss. Die Möglichkeit, die du hier hast, ist, wenn du von den Produkten begeistert bist und von den Produkten weitererzählst, dann hast du die Möglichkeit, dir dein eigenes Produkt damit zu refinanzieren. Wie das funktioniert, erfährst du ganz gerne im Anschluss bei mir oder bei demjenigen, der dir diese Präsentation zur Verfügung gestellt hat. Es ist einfach eine günstige Chance, deine Gesundheit zu fördern. Ja, somit bin ich am Ende meiner Präsentation. Ich denke, es soll klar sein, dass Vitalität und Gesundheit einer der wichtigsten Elemente in unserem Leben spielen sollte. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren, Testen der Produkte von Forever. Alles Gute. Danke. Alles Gute. Vielen Dank.